Bildung ist die zentrale Ressource unserer Heimat. So wie andere Länder auf dem Gas, auf dem Öl sitzen, so ist es bei uns die Bildung, die über die Zukunft Bayerns entscheidet. Und deshalb ist es so wichtig, den Weg konsequent weiterzugehen, den wir eingeschlagen haben, seit wir Freie Wähler Teil der Staatsregierung sein dürfen. Wir brauchen auch in der nächsten Legislaturperiode mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Studienplätze, mehr digitale Klassenzimmer, wir müssen dafür sorgen, dass der Erfolg des Bildungssystems nicht nur an der Akademikerquote bemessen wird. Die Mittelschule muss wieder zur Macherschule werden. Wir brauchen die Gleichberechtigung von beruflicher Bildung auf der einen Seite und akademischer Bildung auf der anderen Seite. Und wir brauchen auch eine Reform der Ausbildung unserer Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen beste Bildung für unsere Heimat, beste Bildung für Bayern, für eine gute Zukunft unseres Landes. Ich weiß, dass die Augen auf der anderen Seite nicht mehr MAYBE Power machen und wir brauchen die Kinder Kinder, die diese Regel haben können. Und wir brauchen diese Frage, Wir brauchen das Bildung für die Gäste, die sie brauchen. Und wir brauchen das Bildung für diese Körper. Vielen Dank.